Heute ist es soweit. Ab heute ist unser neues Produkt verfügbar. Wir haben in den letzten Wochen intensivst an diesem Kurs gearbeitet, den ich heute nun endlich veröffentlichen darf. Ich darf vorstellen, der Optionen-Starter-Kurs. Ein Kurs mit über 5 Stunden Lerninhalt, mit Begleitmaterialien, mit Checklisten, mit Rechnern und alles, was dazugehört, damit du in den Optionshandel starten kannst. Und der heutige Tag, der ist nicht ganz zufällig gewählt, denn ich feiere meinen 37. Geburtstag. Und als Geburtstagsgeschenk an dich werde ich dir diesen Kurs für kurze Zeit komplett kostenfrei freischalten, der normalerweise 299 Euro kostet. Und du bekommst ab der Anmeldung für 14 Tage Zugriff auf diesen kompletten Kurs. Der ist nicht gekürzt oder sowas in der kostenfreien Variante. Nein, das ist der gleiche Kurs, der sonst 299 Euro kostet. Wenn du bereits ein Depot hast und Kapital auch schon aufgebaut hast, dann wird dieser Kurs deine Anlagestrategie revolutionieren. Das kann ich dir versprechen. Du wirst lernen, warum du nie wieder Aktien einfach so direkt kaufen solltest, sondern stattdessen das intelligent löst mit dem Handel von Aktienoptionen. Du lernst ganz konkret die Grundlagen der Aktienoptionen und Optionen. Also was sind Optionen? Ja, wie kann man das genau einsetzen? Du lernst, warum Aktienoptionen überlegen sind gegenüber dem normalen Aktienhandel. Und du lernst natürlich auch, wie du mit einer einfachen Strategie, die ich in diesem Kurs mitgebe, in nahezu jeder Marktphase positive Renditen erzielen kannst. Und auch wenn die Kurse mal nach Süden zeigen, nach unten gehen, wirst du das Ganze anwenden können. Dazu gebe ich dir ein ganz klares Regelwerk an die Hand als Download in diesem Kurs. Viertens, wir besprechen, welchen Broker kannst du überhaupt nehmen, um Optionen zu handeln? Wie sieht die Handelsplattform aus? Fünftens, ich zeige dir dann auch in der Handelsplattform live mit Echtgeld, wie ich Aktienoptionen handle. Du siehst es also hautnah. Und sechstens, zeige ich dir natürlich auch, wie du dein Vermögen schützen kannst mit Hilfe von Optionen, ja, damit du eben für den nächsten Crash vorbereitet bist. Also, ich würde sagen, nicht warten, sondern anmelden, solange der Vorrat reicht. Was musst du dafür machen? Klicke dafür einfach auf den Link hier unten in der Videobeschreibung oder in der Infobox. Wir können das Ganze auch sicherlich hier einmal einblenden. Dann gehst du auf die Seite, meldest dich an für kurze Zeit, wie gesagt, komplett kostenlos. Und dort findest du dann auch noch alle Details für diesen 14-tägigen Zugang. Und nochmal, das Ganze hier ist kein Trick oder sowas. Nein, das Ganze ist ernst gemeint und das Ganze soll als Geschenk gemeint sein an alle, die mir folgen. Erst seit kurzem, aber vor allem auch die, die mir schon länger folgen. Tu mir bitte nur einen Gefallen, arbeite diesen Kurs wirklich gründlich durch. Nachdem du dich angemeldet hast, schau dir wirklich alle Videos in Reihenfolge an. Denn dann kann ich dir sagen, wirst du auch nachhaltig von diesen Inhalten profitieren können und in Zukunft eben zum Optionshändler werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Jetzt geht es zur Anmeldung und dann sehen wir uns direkt gleich im Kurs.